Hallo, mein Name ist Sarah Garey und ich kandidiere für die Partei Die Linke für die Kommunalwahl 2021 auf Platz 3. Wir als Die Linke wollen das lokale Gewerbe auch in Zeiten von Corona stärken und möchten deshalb ein Seeheim-Jugendheim-Gutschein einführen, nach Muster wie in Funkstadt. Damit wir möglichst viele für dieses System gewinnen können, wollen wir mit dem Gewerbeverein in Seeheim-Jugendheim zusammenarbeiten und möglichst viele Gewerbetreibende dafür gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020